Beobachte dich einfach mal selbst, was du im Moment so Tag für Tag tust und zähl mal die Stunden zusammen, die du im Internet verbringst, ganz gleich aus welchem Grund. Und jetzt weiß ich aus der Erfahrung heraus, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, über das Internet Geld zu verdienen. Das ist ja viel zu kompliziert. Ja, da brauche ich ja eine Ausbildung, da brauche ich ja einen speziellen Computer, da brauche ich ja eine Ausbildung zum Designer, da muss ich ja programmieren können, da brauche ich ja eine teure Kamera, da brauche ich ein teures Mikrofon, alleine geht es sowieso nicht. Ich bin ja gar kein Influencer, ich habe keinen YouTube-Kanal, ich kenne mich auf Instagram nicht aus, ich bin ja auf Facebook nur privat unterwegs und, 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 und. Das sind so die gängigen Alibis gegen die Betätigung im Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.